Moin Leute und weiter geht's mit Command Conquer 3 Keynes Rache Zuletzt hier in irgendwo in Afrika auf jeden Fall und wir sollen dieses Labor einnehmen Labor? Ne, das ist eine Mafo, ne ja, die Kultivierungseinheit genannt Und die zerstören wir immer schnell und der Raketensammler ist gefährlich, der schießt nämlich Ja komm schieß, ja gut noch nicht Der schießt nämlich normalerweise, ähm, Lufteinheiten auch ab und macht auch ganz schön Schaden Einzige Einheiten in der Sicht, okay Oh Gott, wahrscheinlich die Einheiten, die aus dem Gebäude rauskommt Sasher muss schnell hier Luft abwehren, alles Ich denke nämlich, ich rechne damit höchstwahrscheinlich, dass hier die Karte erweitert wird Und dass ich mich noch auf mehrere Marv-Angriffe gefasst machen muss Dann hier mal bitte, danke So, stecken die mal hier hin Wo sind die Einheiten? Achso Ah ja, ich habe das ganz vergeteilt Wir drehen um Jetzt soll man hier noch die Stadt für uns Das ist aber ein bisschen Ah da Ihr seid auch noch dran So, ohne das, das ist ein Welm-Silo Jetzt dürfte ich da hin mal Oh Geht ihr jetzt da hin oder nicht? Nee, würde ich nicht Ah, ich sah eins Ihr haut mal hier ab Ihr seid doch frisch So Wo ist mein Saboteur? Kann ich Ihnen helfen? Wo meine ich zwei Katerne? Das ist so unnötig Von Panja ist das unnötig Ein freiem Gefecht unter Profis ist doch schon was anderes Gut, ich wollte glaube ich auch nie zwei Katerne, oder? Später, aber ansonsten Besonderen Fällen, aber ansonsten nie Ich kenne den Weg Ja, wir holen uns das Dibellen-Silo Quatsch, Turm Dibellen-Turm ist es Boah, ich bin heute irgendwie Total nähe mir Oh, 66 Das ist gut Schöne Schnapszeit Machen wir uns an die Arme So, du gehst Ja Ja Warum macht es mir nochmal so schwer? Na gut, ich habe die Kohle für den Vertigo-Transport Hier Vertigo-Transport, mein Gott Ich fand es halt aber wirklich Ich meine natürlich Carry All Sowas Sowas, das ist Carry All Wenn im Gleiter bereit zum Abheben Wird denn hier was angegriffen? Achso, Tiberian wird was angegriffen Jo, das ist mir scheißegal Schau da doch verrückt am Tiberian Das ist eh nur ein dreckiger Ingenieur Ich gucke mal hier hin Wird mehr repariert Die Vorderaufront ist top Okay Wegtreten Der hier ist auch top Auf Patrouille Na gut, sie nach Alle top alle Gäste Ja Verstanden So, ja Ihr seid auch top Ihr seid auch top Ich hab kein Geld Cool Ähm, ja, weiß ich jetzt egal Er in Venom Der nicht grad hundertprozentig Ähm, ja, ich könnte jetzt Was wo Wer nimmt, komm Wir greifen nach Du mal den Gefalle Na, klar Wir müssen das Gebäude halten mit der Upload durch Die Sendedaten am Nordhauptserver Halten Sie die Marsfabrik Bis zum Abschluss des Uploads Super Wo sind sie? Jetzt kommt unser schönes, hartes zu uns zu. Ah, 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 ah. Das dürft ihr nicht. Ganz schnell reparieren, also jetzt gehen die direkt hier drauf. Ok, also direkt die Rennens hier drüber setze, Stellung halten, spielen und ja, überrennen. Ich brauche nicht großartig dran, ich muss sie einfach nur halten. Ok. Oh ja, ich hab Geld. Carry all. Äh, uuuh, ist ja das Ding egal. Soll ich ihm das jetzt hinschicken? Ja, falls das Ding irgendwie beschädigt wird, schwer oder was weiß ich, wie. Nicht, dass es hier irgendwie zu Missverständnissen kommt und die kommen mit zwei Mars auf die Basis zu, nur für ihre Rekultivierungseinheit. Wie sieht's aus? Da geht's es. 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 Tot. Was? Es sind noch zwei Pitbulls. Oh, die knallern mit dem Carrier ab! Nein, mein Ingenieur! Egal. Ja. Ähm, ja. Bisschen mo'. Verstreuen. Irgendwas gesehen? Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Was gibt's? Was gibt's? Hier geht's. Falls von oben was kommen mag. Irgendwas gesehen? Was auch immer. Ich will's gar nicht wissen. Alles ruhig. Ja. Schützt diese Flanke. Und schon sind wir perfekt geschützt. Kacke! Ich hang hier Geld mehr! Nein! Das ist schlecht. Ja, Daube sammeln. Okay. Oh, wie langweilig. Wieder so ein kleines Haltespielchen. Naja, das ist der Los eines Let's Players in einer Kampagne, deren... ...die so dermaßen langweilig ist, wenn der Befehl gegeben wird... ...so ein scheiß Gebäudesahalle. Irgendwas gesehen? Ja, ja. Ich bin hier nur der Commander. Okay, General. Ja. Ich könnte mal jetzt sagen... Okay. Der Kainer... Der Kainer ist voll überflüssig. Ich bin der Einzige, der hier was macht. Er macht gar nichts. Klingt jetzt richtig verräterisch, aber egal. Aua! Ich geh' aber direkt da drauf. Also was los? Wieso? Oh, jetzt kommen wir... Jetzt kommen sie mit härtere Geschütze. Okay. Seien sie doch. Jetzt können doch nur oft die Rekrutivierungseinheiten anzugreifen. Oh, das... Jetzt kommen sie mit härtere Geschütze. Ich glaub, da sind ein paar Scorpions nicht falsch. Ausbildung. Na gut, äh... Verticals... Nee. Nee, danke. Und Verticals halte ich nicht am Hut. Okay, die halten alle ihr Stelle. Und ja, Scorpions... Scorpions für... Ja. Falls die Predators hier nochmal kommen würden. Oh, da kommt noch mehr. Oh, no, Pitbulls. Ja, gut. Von mir aus. Wenn es euch Spaß macht. Was? Ah, gerade sieht jetzt hier an. Bemerkenswert, aber an uns los. Zack. Ich muss nur Dosa Schaufeln machen, oder? Was ist die Kommande zum Bade? Ja. Die werden schlecht. Aua! Was ist Han hier gegen mich? Da ist schon nicht. Haha. Irgendwas gesehen? Hm, gut, wenn der... Der verpasst. Süß. Hm, ja, das sind auch... Neue Einheiten. Mal so, by the way. Ähm... Ja, so ein Rüttler. Ja, das sind so... Mobile... Schallimiter. Also... Es sind... Es gibt so viele Einheiten, aber es gibt nur die Not-Kampagne. Es ist wirklich... Es ist wirklich traurig da drin. Das tut sogar mir als... Äh... Strate... Stratege. Es tut mir das sogar im Herzen wehen. Strapion ist bereit! Ist wirklich echt schade, dass hier nur die Not-Kampagne gemacht wurde. Also... Ich hätte euch alles gezeigt hier. Ja, klar. Ich bin nicht dabei. Was soll ich von den Mammuts abknallen? Wollen sie ja auch nicht mehr halten. Ja, gut der Da wird ein bisschen gegrillt. Gegrillt der Mammut. Wer die? Keiner. Okay. Okay, keiner. Ja, der ist auch gegrillt, Gen. Uh, der Da wird also zerlegt. Der Da wird dann... Guck mal, wenn der Dings... Ja, komm, geh auf die Basis zu. Du hann schnittsigstern. Was kommt da Böses? Oh, Zone Raider. Ja, die können ja auch so ein Upgrade haben, dass die einfach so locker leicht Luft-Einheiten angreifen können. Der konnte nicht mehr seine Ladung abgehen. Ja, was kommt da unten noch so alles hin? Geht doch näher ran, mein Gott. So, haben wir jetzt das Ding endlich. Kann ich mit dem was machen? Unsere Forschungsabteilung ist fertig mit der Analyse des MAF-Racks und hat eine angemessene Antwort entwickelt. Den Redeemer. Die Pläne wurden bereits in deine Datenbanken übertragen. Wir müssen umgehend mit den Feldtests beginnen. Cain, beobachte dich. Enttäusche ihn nicht. Abgeschlossen. Verstanden. Wir greifen an. Empfange Nachricht. Legion, wir sind bereit zurückzuschlagen. Errichten Sie zunächst eine Redeemer-Fabrik. Super. Das Ding brauche ich gar nicht. Das ist so doof. Aber ich muss es leider machen. Also jetzt Redeemer-Fabrik. Was? 9000 also. Ihr Anwünsche. Das ist natürlich gut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Betriebsbereit. Initialisiert. Rücke vor. Komm, reparier der Obelisk. Oh ja, Chaos. Ja, ich mach hier mal einen Schnitt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bei Command.com 3. Keinsrache. Bis denn. Das ist das Ist. Ab bis zum nächsten Mal. Drei. Die drüfen. Drei.